Ich habe heute mal richtig, richtig, richtig coole News für euch. Und zwar, weil Griefer Games ja immer schon überfüllt, seit Ewigkeiten. Es gibt einige neue Dinge, und zwar einige neue Citypill-Server, die ich euch gleich zeigen kann. Ich würde aber sagen, ich check mal ganz kurz ab, ob ich wieder irgendwas Neues von LevyMod bekommen habe. Also ob irgendeiner mir was gekauft hat. Das sieht aber gut aus, oder? Ich glaube, wir haben nichts Neues, oder? Warte mal. Ah, warte mal, wir haben wieder was Neues, Freunde. Guckt mal. Oh, ich sehe gerade. Wir haben tatsächlich neue Kopfhörer. Guckt mal. Ich habe irgendjemand... Das gibt es ja gar nicht. Ich dachte echt, ich habe mittlerweile alles auf bei LevyMod, was es quasi gibt. Aber irgendjemand hat es geschafft, mir noch was zu kaufen, was es nicht gibt. Und zwar diese Kopfhörer. Ja, moin. Okay, ja. Alles klar, haben wir denn neue Emotes vielleicht auch? Ich gucke mal danach. Ja. Yo. Oh, der ist ja mal mega cool. Yo, der ist ja... Okay, was gibt es noch? Breakdance... Yo, wir haben auch richtig viele neue Emotes am Start. Breakdance bockt auch mega. Was gibt es noch? Moonwalk? Yo. Okay. Yo. Wie cool ist der denn? Alter. Infinity Sid. Ich merke schon, ich glaube sogar, die Emotes sind von LevyMod gekommen. Alter. Also, wer immer das Herzchen gekauft hat, danke schön dafür. Und die Emotes, die ich jetzt habe, sind einfach mal mega nice. Brush your teeth. Richtig cool, Alter. Okay. Okay. Ja, feiere ich mega, Freunde. Kommen wir am besten zum richtigen Thema jetzt von dieser Folge. Und zwar habe ich ja gesagt zu einigen Spielern oder eigentlich zu allen Spielern, bitte fangt nicht auf Griefer Games an, weil der Server ist einfach viel, viel, viel zu voll. Und wenn ihr anfangt, fangt vielleicht auf City Build Evil oder sowas an. Viele haben aber gesagt, ich will gar nicht auf Evil spielen oder auf Nature. Ich will wirklich auf den normalen City Build Servern spielen. Und deswegen haben wir in den letzten Tagen uns neue Server bestellt. Und zwar die Server mit der besten Hardware, die es quasi jetzt gerade gibt. Ihr müsst wissen, wir kaufen immer auf Griefer Games die beste Server Hardware, die es gibt. Nur mittlerweile gibt es halt noch bessere Hardware, die ist eben vor kurzem rausgekommen bei unserem Hosting. Und die haben wir uns jetzt gekauft. Und das Ganze ein paar Mal öfter. Wir haben relativ viel Geld da investiert. Und zwar haben wir jetzt vier neue City Build Server. Ich zeige euch die mal, Freunde. Ich mache einfach mal Slash Portal. Zack. Da sind wir nämlich auch schon im Portalraum. Den kennt ihr vielleicht noch. Hier ist dann City Build 3, 4, 5. Da sind die Farm und Lava Server. Aber da ist noch eine Leiter. Wo das hingeht, zeige ich euch gleich noch. Aber was erstmal cool ist, wenn ich mich hier umdrehe, Freunde. Der Portalraum ist jetzt viel, viel, viel länger. Und zwar sind hier vorne noch zwei Portale, die eben gesperrt sind. Da kommt vielleicht noch bald was. Mal gucken. Aber es gibt vier neue Portale. Und zwar City Build 13, City Build 14, City Build 15 und auch noch City Build 16 hier vorne. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal in City Build 13 rein und gucken uns da so ein bisschen um. Ja genau. Hier sind zum Beispiel gerade 25 von 250 Leuten online. Und wir haben jetzt gerade nicht nachts oder sowas. Sondern wir haben gerade 19 Uhr. Das bedeutet, zu einer guten Spielzeit am Wochenende hat dieser Server gerade nur 25 Leute online. Weil er eben komplett neu ist. Er wurde heute Nacht um 4 Uhr eröffnet. Also alle vier Server auf einmal. Und wer Lust hat, hier vielleicht mitzuzocken. Und eben dabei sein möchte auf Griefer Games. Der hat jetzt eine super Chance, sich hier einen großen Clan zu gründen. Oder hier einfach zu spielen. Ihr könnt hier noch relativ viele Grundstücke bekommen am Spawn. Weil die eben einfach frei sind. Ich glaube jetzt in den nächsten Reihen. Hier wurde schon relativ viel geclaimed. Aber hier in der ersten Reihe zum Beispiel. Da habe ich mir alle Grundstücke geholt. Und die werde ich an euch verlosen. Wir machen das auch in dieser Folge so. Ich habe eine ganz gute Idee. Das habe ich mir eh schon vorher ausgedacht, Freunde. Ich werde unter diesem Video auf City Build 13 vier Grundstücke verlosen. Ich werde auf City Build 14 vier Grundstücke verlosen. Wir gehen mal kurz rüber. Hier sind gerade 34 Spieler. Hier werde ich vier Grundstücke verlosen. Dann auf City Build 15 werde ich vier Grundstücke verlosen. Und auf City Build 16 werde ich vier Grundstücke verlosen. Und zwar, das sind ja 16 Stück. Ich werde auf Twitter einen Tweet machen. Der ist dann jetzt live, wenn ihr das Video seht. Da könnt ihr kommentieren. Ihr könnt mir übrigens auch gerne folgen auf Twitter. Und unter allen Leuten, die ihren Minecraft-Namen kommentieren, werde ich vier Grundstücke auf Twitter verlosen. Ich werde auf Instagram vier Grundstücke verlosen. Einfach, ich mache da eine Story. Guckt einfach die Story an und folgt mir auch gerne da. Da werde ich vier Stück verlosen. Und ich werde auf YouTube acht Stück verlosen. Naja, also hier gibt es das Doppelte. Schreibt deswegen eure Minecraft-Namen in die Kommentare. Und zwar gibt es dann eben auf jeder Plattform quasi ein Grundstück auf jedem City Build Server. Also auf Twitter gibt es dann eins für City Build 13, 14, 15, 16. Und ja, ich denke, das ist eine ganz coole Sache für Leute, die jetzt sagen, ich habe richtig, richtig Lust hier anzufangen auf Griever Games. Habt ihr sogar die Chance, dass ihr eben einen Spawn-Grundstück bekommt. Die weiteren Spawn-Grundstücke gibt es einfach an aktive Spieler in den nächsten Tagen oder an aktive Zuschauer unter den Videos. Vielleicht auch in Streams sowas. Ich sehe auch schon, City Build 16 ist ja jetzt erst seit zwölf Stunden etwa auf. Ein bisschen mehr. Und hier hat einer schon so einen kleinen Turm gebaut. Der Redstone-Expert.de. Cool. Das ist wohl das erste Gers of City Build 16, was ausgehöhlt ist. Hashtag Scam-Frei. Cool. Stimmt, der hat es wirklich schon ausgehöhlt. Also Respekt, dass der in so kurzer Zeit hier schon so, so, so viel gebaut hat, Alter. Warte mal, ich schenke dir mal was. Ich zeige mir mal, Freunde. So, guten Tag, Redstone-Experte. Cool, dass du hier so ein dickes Grundstück hast. Ähm, weißt du was? Komm. Ich finde das richtig cool, dass du hier baust. Ich werde mich auch öfter auf den neuen City Builds in Zukunft aufhalten. Zack, du kriegst einfach mal von mir einen Spawner. Viel Spaß damit hier. Gönn dir das mal. Oh, warte mal. Das gehört... Oh nein. Ich habe jetzt gerade mal anderen was geschenkt. Okay, warte mal. Da muss ich dem... Da muss ich dem X-Max noch was schenken, weil das gehört dem X-Max, das Ganze hier. Den Spawner kriegst du auch. Und ich sehe gerade, hier hat gerade eine Werbung gemacht. Ninja Cat. So, dich bannen wir erstmal weg. So, tschüss. Du hast hier gar nichts verloren. Dich brauchen wir nicht. Ja. Auf jeden Fall nochmal an alle, die vielleicht neu sind und sagen, ich möchte auf Geek-For-Games anfangen. Wir haben gerade Ferien oder sowas. Ich möchte jetzt zum Ostern hier einfach mal spielen. Die Server sind frei. Da kann man gut spielen. Die laggen nicht. Die haben die beste Hardware. Und es gibt die Möglichkeit, dass hier noch große Clans gründet. Weil jeder andere City Builds-Server hat schon relativ große Clans. Das heißt, hier könnt ihr wirklich noch richtig gut anfangen. Ich sehe auch schon, City Builds 16 wurde schon in Beschlag genommen. Da spielen schon 100 Leute. Aber City Build 13 zum Beispiel hat noch richtig schön viel Platz. Und hier wird es in Zukunft auch sehr viele coole Events geben. Und ich werde hier auch oft aktiv sein und einfach mal vorbeigucken, wie sich die Server hier entwickeln. Hier ist gerade ein Spieler. Der ist einfach in der Farmwelt. Ich glaube, der ist neu. Guckt mal. Monster hat sich anscheinend gedacht, hey, ich fange mal auf City Build 13 an. Das ist übrigens auch cool. Wenn ihr neu seid und ihr habt noch gar keinen Rang auf Geek-For-Games, ist das kein Problem. Dann könnt ihr nämlich hier super spielen. Weil hier werdet ihr wahrscheinlich immer drauf kommen. Weil eben noch so viele Slots frei sind. Und der Monster sucht hier, glaube ich, irgendwie Sachen. Sollen wir den mal ein bisschen veräppeln, Freunde? Ich glaube, den trolle ich jetzt mal. Oh, yo. Er hat ja noch einen Freund hier. Der Flabi. Monster und Flabi spielen anscheinend zusammen hier. Ah, die gehen also... Was haben die denn schon so? Ich gucke mal das Inventar von dem Flabi. Ja, er hat einfach nur ein bisschen Dreck, Steaks und ein bisschen Diamantsachen. Ja, moin. Okay, das ist cool. Ich baue mal hier oben. Oh, wir sind noch am Spawn, sehe ich gerade. Ich baue hier trotzdem einfach mal so einen Beacon hin. Mal gucken, ob die das sehen. Er ist jetzt gerade in dem Pilz hier. Ich mache mal folgendes. So, ich setze hier jetzt mal einen Beacon hin. Sieht ihr das? Er hat es gesehen. Oder er gönnt sich jetzt nicht biegen. Gönn dir, Monster. Gönn dir. Ich glaube, der weiß auch gar nicht, was das ist. Zwei neue Spieler wissen gar nicht, was so ein Beacon eigentlich ist. Der hat den jetzt wahrscheinlich einfach mal abgebaut hier. Ich setze da nochmal einen Beacon hin. Sieht er das jetzt wieder? Er sieht es nicht. Er geht einfach weg. Ey, Monster, warte. Doch, er sieht es wieder. Geht er wieder hin? Monster. Ja, er sieht es wieder. Ich glaube, jetzt ist er ein bisschen verwirrt. Ich glaube, er weiß gar nicht, was so ein Beacon eigentlich macht, Monster. Ja doch, jetzt baut er es wieder ab. Er gönnt sich den einfach... Oh, Flabi hat meinen anderen Beacon hier gefunden und möchte den abholen. Den kann man aber gar nicht abbauen. Ich mache mal folgendes. Ich droppe hier einfach mal den Beacon jetzt. Gönn dir, Flabi. Jetzt will er die Diamanten abbauen. Die sind aber im Spawn-Bereich. Die kann man gar nicht abbauen. So, ich droppe die einfach jetzt immer einzeln. Hier steht es mal die ganze Zeit. Man kann das nicht abbauen, aber egal, Freunde. So, jetzt droppe ich wieder einen. Jetzt den. Ich glaube, er denkt, er kann sie abbauen. Und jetzt warte ich mal ein bisschen. Mal gucken, wie lange er es jetzt probiert, Freunde. Mal gucken, wie lange er das jetzt probiert. Oh, Mann. Hier steht die ganze Zeit, du kannst es nicht abbauen, Flabi. So, hier hast du noch einen. Und jetzt fehlt dir noch einer. Warte, ich droppe ihn jetzt einfach mal was... Ich droppe ihn jetzt mal einen Emerald-Block. Mal gucken, ob er das merkt. So. Nee, warte. Er rennt einfach weg. Ey, du hast einen Block vergessen. So, jetzt hat er es geholt. So. Flabi, wenn du das hier siehst, kommentier doch mal unter dem Video, was du dir gerade denkst. Du siehst ziemlich, ziemlich verwirrt aus. Er schreibt jetzt Hallo. Ja. Oh mein Gott. Okay. Ja, das ist doch cool. Ach ja. Ich wollte euch noch zeigen, wohin diese Leiter führt, die neu ist im Portalraum. Und zwar könnt ihr, wenn ihr mal da seid, einfach hier hochlaufen. Denn da oben befindet sich etwas, was jetzt gerade noch nicht funktioniert. Aber was bald gehen wird. Und zwar hier mit den Beacons der Event-Server. Auf diesem Server wird es bald immer richtig, richtig viele coole Events geben. Man kann auch nicht rein, weil das eben noch nicht fertig eingerichtet wurde. Aber wir haben auch schon Hardware gekauft für den Event-Server. Das heißt, wir können das bald benutzen. Und wenn es dann große Events gibt, finden die eben hier statt. Und man kann da rauf gehen. Deswegen, das ist einfach dazu da, dass die Citable-Server nicht mehr laggen und abstürzen. Dann kann man das nämlich da auf dem Event-Server machen. Übrigens, falls sich einer fragt, hey, ihr investiert ja gerade sehr viel Geld in Hardware und sowas. Ist das ein Problem? Keine Sorge, Freunde. Queefire Games wird gerade so, so, so massiv unterstützt von euch. Ihr seht das hier auch hier im Chat, wie viele Leute einfach Ränge haben. Also das können wir auf jeden Fall bezahlen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich möchte es nur mal sagen, nicht, dass jemand Angst hat, dass irgendwie wir uns hier jetzt gerade übernehmen und zu viel neue Hardware kaufen. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Ihr unterstützt den Server so krass, auch durch die ganzen Streams und sowas, dass das hier überhaupt gar kein Problem ist, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich diese Folge mit einem schicken Breakdance. Ich wünsche euch jetzt noch einen richtig, richtig schönen Tag. Wenn ihr auch Bock auf Labymod Cosmetics habt, ich habe dazu einen Rev-Link in der Beschreibung. Das ist quasi Werbung. Ihr kriegt aber dafür auch das Ganze billiger und zwar 10%. Und wir machen jetzt, komm, was machen wir noch hier zum Schluss? Ich hau nochmal einen Moonwalk raus. Komm, der ist nämlich auch ziemlich cool. Das war's, Freunde. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Und denkt an Daumen nach oben, wäre richtig cool. Ich feiere die neuen Citypills. Ciao. Ciao.